hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe let's play gta online heute wieder mit andre moin andre hallo hallo liebe leute okay andere spielen einen capture eine capture mission die heißt kampf wohndämonium ich lese mal kurz vor habe ich noch genug zeit ja mach einen klugen spruch über den spätkapitalismus oder ungerechte einkommensverteilung oder kunst oder sinnlose kluge sprüche oder irgendwas und unterstreiche ihnen indem du wohnanlagen in puerto del sol verwüstest ein kampfcapture um die letzten partyvorräte in einem hof zwischen zwei identischen wohnblocks hast du es verstanden ok alles klar also beim capture geht es ja darum wir müssen ja taschen oder was auch immer hier sind's partyvorräte von a nach b bringen halt capture the flag halt das ist mein team das ist andres team ja dann bin ich bereit ok auf geht's wieso habe ich denn schon wieder ein feilchen unterm auge ja ich auch wir haben uns gerade ja aber das bleibt immer ganz schön lange ja okay dann geht's los standard war für ihr ja 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 aber ich glaube wir haben auch noch was zum einsammeln ja okay hier in der mitte ist also die grüne tasche die müssen wir uns abholen und dann in unseren dings bringen das andere den knallen wir gleich mal ab aber der konnte noch entwischen geht es jetzt bei meiner basis ne ja da ist da ist er doch besser da so lange da muss ich so muss ich die tasche jetzt hin bringen ach da nach oben ja 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 nein das macht der da aber sehr cool wie du damit der vespa vorbeigefahren bist was warum so schnell zurück schnell zurück schnell zurück so ich habe übrigens nicht mehr waffen als du also es ist ausgeglichen ist auch okay andre hat offensichtlich noch nicht so ganz verstanden wo die tasche steht das doch habe ich das hier zu gut ach so okay nein nicht noch mal nein ist wie sagt denn der schrottflintern ich nicht habe ich gesammelt scheiße da hatte ich gerade meine tasche ich wollte gerade zur basis habe schon gedacht dass du da eben rumschleißen andere ist ein schlechter schütze ich hatte nur eine pistole weil ich da gerade respond bin ich wollte gerade sagen andere hatten schlechte ist ein schlechter schütze deswegen schnell abhauen scheiße na wo bist du wieso warst du denn mit der tasche so nah an meiner basis ich habe die doch aufgesammelt von deiner leiche du kannst du ja gerade wieder irgendwie das war doch in der ach so ok weiß ich gar nicht mehr genau scheiße ja scheiße mess 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 oh nein nicht ins wasser oh ich auch scheiße oh dann muss ich einmal über den teich springen äh schwimmen scheiße oh nein idiot steh auf nicht ertrinken und wieder hoch da Mann oh Mann oh Mann den kann man nicht recht machen das ist die verfickte tasche da die habe ich deswegen bewegt die sich da wird mal schnell hinterher geradelt oh okay jetzt müssen wir nur wissen wo André ist da scheiße voll vom Fahrrad geholt ja und ich glaube der ist was ah Mist alter Schwede 8000 nicht übel ich hab 4000 siehst du das hab ich mit dir gemacht ich hab einen Finger in deine Hand gesteckt fein fein ok ja ja vielen Dank fürs Zuschauen ich glaub machen gleich noch ein Capture oder? ja ok gut dann bis dann liebe Zuschauer bis denn